Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Filme bergen so manches Geheimnis. Beispielsweise würde ich endlich einmal gerne jenes gelüftet bekommen, warum zum Teufel M. Night Shyamalan und Adam Sandler immer noch Arbeit bekommen. Aber wesentlich spannender ist definitiv die Antwort auf die Frage, worum es sich denn beim Geheimnis der blutigen Lilie handelt. Definitiv um ein Geheimnis, das dem alten deutschen Giallo-Kinogänger und Videokassettensammler vorbehalten wurde. Denn dieser Film aus dem Jahr 1972 ist erst im DVD-Zeitalter über X-Rated hierzulande auch bei uns gelandet und hat jetzt im Jahr 2024 sogar ein High Definition Upgrade spendiert bekommen. Dabei bietet das große X hier ein klassisches Cover-Artwork zu diesem Film auf dem von mir bestellten Mediabook, das man eben beispielsweise auch damals als Cover C von der großen Hardbox gesehen hat, das allerdings, finde ich, hier auf dem Mediabook auch sehr schön aufbereitet wurde. Wobei ich eben ganz besonders interessant finde, wie die Lilien auf diesem Cover natürlich auch mit, sagen wir mal leicht, sensoristischem Hintergrund präsentiert und platziert wurden. Was ich bei dem Cover allerdings ganz besonders mag, ist so dieser Lichtstrahl im Hintergrund, der sich dann nämlich auch hier sehr schön auf dem Körper der Dame fortsetzt und das Ganze eine Menge Dynamik bietet. Natürlich mit einem sehr satten Schwarzwert, mit einem kräftigen Rot, was, finde ich, sehr schön, auch sinnbildlich für das Genre des Giallo stehen kann. Dazu bekommen wir dann hier auf dem Backcover noch ein paar weitere Informationen rund um diesen Release. So wurde natürlich auch bei diesem Release einiges an Bonusmaterial beigelegt. Wir bekommen beispielsweise einen Audiokommentar mit Gerd Naumann, Matthias Kühnecke und Christopher Klese bei diesem Release mitgeliefert. Beziehungsweise haben wir dann bei der Mediabook-Auflage selbstverständlich auch noch ein Booklet mit dabei durchnummeriert, ist dieses Mediabook hier bereits auf dem Backcover. Dazu können wir mal einen Blick ins Innere werfen, wo wir auf der einen Seite mit dem italienischen Originaltitel linkerhand die Blu-ray vorfinden, mit eben dem Motiv, das ich auch hier als Mediabook-Frontcover habe. Beziehungsweise dann gibt es auf der rechten Seite hier ebenfalls eine DVD-Version von diesem Film ausnahmsweise. Dazu haben wir im Inneren ein Tenebrarum-Booklet geschrieben von Martin Beine, wo es wieder sehr viel Text gibt, auf den ich mich dann natürlich nach der Sichtung des Films freue. Beziehungsweise hat dieses Mal auch das ein oder andere Artwork, beziehungsweise eben die Lobbycard noch mit Platz gefunden in dem Booklet. Ist auf jeden Fall eine sehr, sehr feine Sache. Ein Giallo, der bislang meinen Weg nicht gekreuzt hat, wo ich auf jeden Fall sehr froh bin, dass der jetzt über die Eurokult-Collection auch ins Mediabook-Regal eingezogen ist und wo ich mich vor allem freue, in Bälde zu diesem Film durch einen Wunsch-Quickie-Wunsch von meinem lieben Kanal mit Githarik Stolzlechner auch noch ein ausführliches Film-Review nach der Sichtung des Films dann nachliefern zu dürfen. Vielen Dank für's Zuschauen.